ein altes geflügeltes wort sagt dass aus dem osten licht und helligkeit kommen die sonne geht dort auf vertreibt die dunkle nacht und macht das leben auf der erde möglich auch das christentum kam jedenfalls aus europäischer perspektive aus dem osten und prägte unseren kontinent nachhaltig manchmal ist sogar die auffassung zu hören dass jede bedeutende kultur der vergangenheit und alles tiefere wissen im orient ihren ausgang nahmen und von da ihre wohltuenden strahlen in den westen drangen und heute ist noch licht ist noch immer weisheit aus dieser himmelsrichtung zu erwarten wodurch in der neuzeit die modernen wissenschaften gerade in europa und den usa die menschlichen kenntnisse über alle bisher bekannten maße hinaus erweitert haben ich denke ja gerade weil die naturwissenschaften unser gegenwärtiges welt und menschenbild dominieren bedarf es einer anderen wenigstens ergänzenden blickweise sie kann zeigen wie naiv vordergründig beschränkt und damit auch in vielerlei hinsicht unrealistisch die moderne sicht des daseins meist ist ich möchte zeigen dass das licht des ostens noch bis in unsere tage hinein leuchtet und insbesondere die lehren des buddha den menschlichen geist zu erhellen vermögen tatsächlich sprengen seine einsichten in das wesen des menschen und in seine befreienden möglichkeiten die so selbstverständlich gewordene materialistische sichtweise des 21 jahrhunderts wenn wir jemanden begegnen nehmen wir ihn zunächst in seiner physischen gestalt war seine körperlichen eigenschaften aussehen und bewegungen fallen unmittelbar ins auge erst danach werden wir uns seiner geistigen und seelischen momente bewusst wir wissen dass da jemand fühlt und denkt wünsche und ängste sehnsüchte und absichten hat tatsächlich aber schleicht sich mit diesem gewohnheitsmäßigen ersten eindruck des körperlichen unbemerkt ein falsches menschenbild ein heute ist es fast selbstverständlich den menschen zuallererst als eine biologische erscheinung zu betrachten ja leben als solches wird allzu leicht als ein biologischer vorgang verstanden der im laufe der evolution aus dem anorganischen hervorgegangen ist und damit gleichsam als erfreuliches nebenprodukt auch das bewusstsein nach den pflanzlichen pionieren und den tieren kam nach dieser auffassung schließlich auch die hochkomplexe menschliche lebensform auf aus buddhistischer sicht ist es nicht verwunderlich warum die naturwissenschaft bis heute nicht zu erklären vermag wie aus lebloser materie bewusstsein entstehen kann und es auch nie wird begreiflich machen können was dem gegenüber alle großen religiösen lehrer mit bestimmtheit sagen bekräftigt auch der buddha leben ist zuallererst ein seelisch geistiger vorgang es sind die kräfte der psyche die alle äußeren materiell anmutenden lebenserscheinungen erst hervorbringen und gestalten es sind psychische dränge neigungen und fähigkeiten im christentum seelig genannt die den menschen und sein leben bestimmen es sind geistige energien die das leben in seinem kern ausmachen und die immer wieder neue bilder von ich und welt entwerfen sie sind die eigentlichen schöpfer aller erscheinungen vom geiste gehen die dinge aus sagt der buddha die biologisch materialistische fixierung des heutigen denkens muss zu entscheidenden fehlschlüssen kommen ihr zufolge beginnt menschliches leben mit erzeugung und endet mit dem tod da es jedes bewusstsein von einem funktionsfähigen organismus abhängig sieht müssen wahrnehmen und denken fühlen und wollen mit der vernichtung ihrer physischen grundlagen ein für allemal enden mit dem sterben geht die individuelle existenz zu ende dem widersprechen nicht nur die buddhistischen lehren entschieden der mensch ist eben kein physischer organismus der zusätzlich noch geist und wahrnehmung hervorbringt umgekehrt der mensch besitzt einen physischen leib der ihm ein instrument für die erfüllung seiner anliegen wünsche und aufgaben ist alles formhafte und gestaltete unterliegt dem wandel im fortgang der zeit so wächst der menschliche körper heran und nimmt an größe und kraft zu selbst unter den besten klimatischen sozialen und medizinischen bedingungen und bei optimaler ernährung wird er aber unweigerlich älter und stirbt eines tages auch ein buddha bestreitet das nicht anders verhält es sich jedoch mit den geistig seelischen antrieben ob es sich um das verlangen nach sinnlichen genießen nach sozialen kontakten oder nach geistiger orientierung handelt alle formen des wollens und strebens altern und vergehen nicht von selbst sie ändern sich nicht einfach mit der zeit der erwachte erkannte dass sie eben nicht biologisch materiellen sondern geistigen gesetzen unterliegen eine psychische tendenz entsteht nur durch einen geistigen impuls der bejahung beziehungsweise der identifikation mit dem erwünschten wer freude und erfüllung von etwas erwartet und sich in gedanken den möglichen genuss immer wieder ausmalt entfacht und nährt die entsprechenden neigung dahin und nur die überzeugende klare einsicht in den unwert das nachteilige oder gefährlicher einer sache wird den drang danach abschwächen oder ganz auflösen wenn also die psyche nicht mit dem materiellen körper stirbt oder sterben kann sondern nach ihren gesetzen weiter besteht dann bedeutet das zugleich die fortexistenz des betreffenden wesens es besteht in seiner art weiter der tod ist kein ende sondern wende sterben heißt nicht vernichtung des menschen sondern beginn einer neuen phase seines lebens und erlebens und die den tod überdauernde psyche schafft sich einen neuen körper den sie dann als werkzeug der sinnlichen wahrnehmung und des handelns benutzt ein solches menschenbild sprengt freilich die konventionellen vorstellungen von zeit die gewöhnliche aussicht auf 70 oder 80 lebensjahre erweist sich so als völlig irreal wie alle religionen bekräftigen buddhisten dass das leben von sich aus gar kein ende findet es schafft stets die bedingungen für seine eigene fortsetzung von wiedergeburt zu wiedergeburt in ähnlicher weise überschreitet die buddhistische sichtweise die enge räumliche dimension in der sich das dasein angeblich abspielt und in der trotz ihrer unüberschaubaren erscheinungsvielfalt nur pflanzen tiere und menschen ihren platz haben in der sich der mensch mit einem gewissen stolz an der spitze einer evolutionären entwicklung sieht aus buddhistischer perspektive ist das ebenfalls ein ausdruck von blindheit und ahnungslosigkeit freilich wer sein augenmerk allein auf das grob materielle richtet muss zu einer solchen falschen auffassung kommen wird das physische zur lebensgrundlage erklärt erscheinen lebensformen jenseits einer groben leiblichkeit von vorneherein als irreale fantasiegebilde da aber das geistig seelische der wahre urheber ist bestimmt es nach seinen fast unbegrenzten möglichkeiten auch die mannigfaltigen erscheinungsformen von leben und erleben es ist hell erfreulich und angenehm wenn die charakterlichen anlagen eines wesens wohlwollend freundlich und mitempfindend sind sind die in ihm wirkenden energien dagegen dunkel kalt und niederträchtig zeigt sich die erfahrene umwelt über kurz oder lang ebenso feindselig abweisend und schmerzlich entfaltet jemand übermenschliche qualitäten und verhaltensweisen wird das zu übermenschlichen ergebnissen führen die religionen sprechen dann von himmlischen dasein hass feindseligkeit und zorn hingegen gebären untermenschliches schmerzhaftes und leidvolles erleben die religionen nennen das hölle hell dunkel gemischtes tun und lassen schließlich können nur hell dunkle erscheinungen hervorbringen eben das was wir als menschen erfahren schönes und unschönes wohltuendes und schmerzhaftes gutes und schlechtes im steten wechsel in der buddhistischen tradition ist das wissen um die vielfältigen erlebnisdimensionen jenseits des vordergründig sichtbaren erhalten geblieben und das wissen dass diese unterschiedlichen welten keine physischen orte sind sondern die spiegelung geistig seelischer kräfte darstellen das drückt der buddha auch mit dem wort karma wirken oder aktivität aus wir erleben nur das was im denken reden und handeln einmal von uns ausgegangen ist gemeines und edles schmerzvolles und beglückendes niedriges und erhabenes und nicht was eine vermeintlich materiell objektive welt uns zufällig aufbürdet oder gewährt von dem bisher gesagten finden sich mehr oder weniger deutliche anklänge auch in anderen religionen und weltanschauungen die lehren des buddha unterscheidet allerdings eine einsicht mit weitreichenden konsequenzen was immer auch entstanden ist muss alles wieder untergehen nichts bleibt alles gewordene entstandene geschaffene ist vergänglich wandelbar ist von rieseln dem charakter auch die paradiesischen zustände die schönsten und erhabensten daseinsformen müssen der einst wieder schwinden wir können sie nicht festhalten selbst das von anderen religionen in aussicht gestellte ewige himmlische dasein ende doch irgendwann einmal wer leidvolles und unzulänglichkeit endgültig beseitigen und nicht nur vorübergehend mindern will muss andere wege einschlagen er darf glück nicht im gewordenen entstandenen geschaffenen suchen sein blick muss auf das unbedingte gerichtet sein auf etwas das lediglich buddhas entdecken verwirklichen und lehren daher gab sich der erwachte nicht damit zufrieden aus menschen bessere menschen zu machen sie zu höheren ethischen standards zu führen oder ihnen eine himmlische zukunft zu eröffnen wohl betrachtete er das als wichtig und als unentbehrliche entwicklungsschritte aber damit war es längst nicht getan er wie es vielmehr einen weg um von allem vergänglichen und damit unzulänglichen frei zu werden letztlich kommt es also nicht auf die erfüllung weltlicher wünsche und ziele an seien sie auch noch so erhaben sondern auf die freiheit von ihnen nicht um vorübergehende befriedigung um dauerhaften frieden geht es nur wo alle versklavenden inneren dränge und antriebe ganz zur ruhe kommen kann er entstehen ihn nannte der buddha nirvana das verlöschen von begehren aversion und illusion das ende allen leidens das höchste wohl wir verabschieden uns mit dem gruß mögen alle wesen glücklich sein und frieden finden der heutige vortrag wurde verfasst von doktor alfred weil und gelesen von cornelia paltins so